Ford Ranger, Dodge Ram, Toyota Hilux finden immer häufiger den Weg in unsere Meisterwerkstatt. Grund, der Besitzer hat vorher so ein Fahrzeug verloren. In anderen EU-Nachbarländern fordern die Versicherungen ein Sicherheitssystem, was eine Faktor-2-Authentifizierung hat. Hier in Deutschland, für mich völlig unbegreiflich, kann man so ein Fahrzeug versichern, an die Straße stellen und wundert sich dann, wenn es am nächsten Tag verschwunden ist. Diese Fahrzeuge gehen zum größten Teil in den osteuropäischen Raum, in Krisen- oder Kriegsgebiete. Da fragt keiner nach dem Fahrzeugschein. Da müssen die Fahrzeuge einfach nur funktionieren. Warum ist es so einfach, heute solche Fahrzeuge zu klauen? Ganz einfach, wenn ihr irgendwo im Urlaub einen Schlüssel verliert, geht ihr in die Werkstatt und die können euch einen neuen Schlüssel anlernen. Und mit diesen universalen Werkzeugen arbeiten auch die Diebe und machen sich einen neuen Schlüssel. Zugang zu diesen Fahrzeugen finden die natürlich relativ einfach über Hack-Werkzeuge, die man im Internet bestellen kann, über Komfortzugänge oder Keyless-Go-Systeme, die relativ einfach zu überwinden sind. Wie man sich davor schützen kann, das fordern Versicherungen in ausländischen Nachbarländern. Diese Systeme mit sogenannten Faktor-2-Authentifizierung installieren wir hier als Meisterbetrieb. Wir sind in Deutschland Nummer 1 für solche Sicherheitssysteme. Meisterhandwerk seit 35 Jahren. Wenn ihr euer Fahrzeug absichern wollt, wir benötigen mit einer sehr routinierten Zwei-Mann-Crew einen Tag für die komplette Absicherung dieses Fahrzeuges. Was kostet das? Geht auf unsere Internetseite kfzalarm.de, da findet ihr ein Kontaktformular. Und wir erstellen euch noch heute ein Angebot für euer Fahrzeug. Wartezeit auf einen Termin, aktuell zwei Wochen. Wir haben uns heute wieder die Gerichte abgeh مث這樣. Wir können auch unser glamour. uno, am Ramon randomized verhebt. Wir haben die Linke ausgedacht. Wir fühlen uns die Wälder und im Ängsten. Wir kommen ja wiederなる Wertschirm.